was hast du gebrochen hat die metallfüße gebrochen und so kleine oder große kleinere kleine aber gerade gesagt ich habe markiert hast du aber ja beruhigt ich wieder warum so ich meine namen wird da war ich ganz zu sagen was willst du gar nichts junge gibt es hier gar nichts gemacht hier runter da ist einer da ist einer hier bei mir braucht ihr helfe oder keine munizierung du scheiße ich komme ich habe den auch nicht gesehen ich komme jetzt von der anderen seite alter der sitzt da hinten in den bergen kannst du markieren jetzt hast du den kill gekriegt ernsthaft ja weil er wieder überlegt hat ja ich bin besser ich bleibe mich hochziehen und fahre wieder runter auf dem dach wir müssen mal wohin wohin ja in das gebäude am besten oder kann doch zu mir hier unten in der lande links einer von dir pass auf ich wusste es man alter ich bin genau überall alter wo ist der ja ich werde von irgendwo beschossen doppelt ist bei mir als ein habe ich habe ich habe ich aber oben ist auch irgendwo warten wir abschießen das gibt es doch gar nicht die runde ist mal für den hinterher geht also wir sollten nur zusammen war am besten da wenn die mit zwei oder drei da sitzen ich weiß nicht ich habe gerade ein platz gemacht und dann kam ich meine chance alleine komm 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 zu mir kommt zu mir an die an die an die ich muss ja sehr weit wird mir ich weiß es hat schon gesehen die stoff sind die weg keine ahnung ob wir gerade lang nein sind sie nicht aber ich habe eine waffe bekommen aber wo sind die scheinen doch keiner mehr hin sind irgendwas abgehauen 44 meter geradeaus wenn das könnte da oben sein simon ja ich glaube ich war mir in der nähe aber stell dich wenn ich runterkomme oder nein nein ich komm zu mir wo bist du da bist du hier lang nicht raus bist du scheiße einer der wollte sich da gerade hochziehen der ist weg das machen wir der hat ein ganzes magazin in der fresse und fällt nicht um lächerliche da hinten kommt nicht einer wo weg habe ich den bekommen Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Direkt über dir, Andi. Hm. Da war sowas von. Pustet doch einer. Das Gas kommt eher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Wir müssen mal hier weg, ne? Das Gefühl, dass sie jetzt gleich herunterspringen. Eine Scheibe, wer war das? Ich, ich, ich. Feindlicher Soldat in der Nähe. Tja, hier gibt's ein Problem. Nehmen wir die Sippe, oder? Dann, viel Spaß beim Sterben. Wo seid ihr? Ich bin immer noch hier unten. Warum? Die Zone kommt gleich, ne? Hier unten noch an dem Schiff. Ja. Ja, seht ihr den? Er ist genug. Einer ist nur da oben, Alter. Und einer ist in der Mitte. Der wartet jetzt genau davor an den 50 Meter. Und zwei Mann jetzt. Geben wir hier durch den Tunnel hoch? Geben wir hier durch den Tunnel hoch? Wo ich bin. Hier wo ich bin. Der Fall schreckt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. An den Dauern warten zwei Leute an. Ich bin gar nicht bei dir. Da ist einer gelandet direkt neben uns an. Weil hier wären wir jetzt direkt gut. Da unten noch. Auftrag gescheitert, deine Zeit ist oben. Ja, ich muss das mal. Es wird Zeit zu gehen. Jetzt. Der ist aber noch nicht voll, ne? Okay. Gut. Jetzt hab ich den hier in dem Ding verloren. Es sind noch 25 übrig. Die Augen offen halten. Die Augen offen halten. Die Augen offen halten. Wie laut. Sein Maschinengewehr, Alter. Wie laut. Ja. Scheiß. Das ist das Endspiel. Wiederauferstehung deaktiviert. Oh. Ab zur neuen Sicherheit. Ab zur neuen Sicherheit. Oh mein. Tue und jetzt ein Tochter. Ey, warte mal. Die laufen hier. Ja, die wissen, dass wir hier sind. Die lauern die, bis wir raus müssen. Ja, klar. Ja. Fuck, Mann, Alter. Fuck, Mann, Alter. Amba, fällt noch. Ah, da im Eingang ist direkt einer. Fuck, Alter. Fuck, Alter. Keine. Der hängt da drin, glaube ich. Ja, Jan ist auch noch da. Jan? Aber jetzt ist er tot. Sobald ich einen Kill haben wollte. Sobald ich einen Kill haben wollte, dann. Ja, man muss halt manchmal Prioritäten setzen. Ich hoffe, niemals. Rechts von dir, Andi. Rechts. Hörst du die Schritte nicht? Noch 10. Der Sieg ist zum Greifen nah. Von Schritte. Wieder rechts. Du musst noch ein Stück weiter gehen, ne? Die Zone kommt. Ja, ich weiß. Rechts. Oh, rechts. Ja, rechts. Ja, rechts. Andere, links.